Applaus Eine sehr interessante Klasse, haben verschiedene Typen gesehen. Die beiden letzten 27, 28 sind genauso gewesen. Die Grundeigenschaften sind vorhanden, aber es ist die Entwicklung nicht so weit. Die erste Grundeigenschaften. Eine große Freude, eine so schön Frauen zu sehen. Diese Farbe ist so eine kuriosität. Sehr schönen Bau. Die Klasse ist etwas länger, als sie möchten. Sie bewegt aber sehr schön. Das Temperament auch sehr. Und die Farbe ist eine sehr gute Qualität. Der zweite Grunde ist ein sehr kompaktes Hund im Aufbau. Eine kurze Körperbau. Der Kopf gefällt, spricht ihn sehr an. Und zwischen den ganzen Hügel zeigt die Klasse hat eine beste Qualität. Die Klasse ist ein sehr fröhres, festes Feld. Und dann wird auch später ein sehr schönes, live zu handelndes und ansprechendes Feld entstehen. Und er hat sich auch sehr schön und ausgeglichen bewegt. Der dritte Grunde. Auch sehr guter Aufbau. Ein bisschen weicheres Feld. Aber auch gute Qualität. Und wenn er weiter zum Ausstellungen gezeigt wird, wird er wahrscheinlich viel gewinnen. Wir haben beide in der letzten Runde mischt er zusammengesprächen, weil sie sehr ähnlich sind. Aber sie konkurrieren natürlich mit drei weiterentwickelten Hunden und deshalb können sie sich so nicht zeigen. Und jetzt ist es schon. Jetzt bitte, ihr aufstellet einmal alle da 500 für eine Runde. Herr Berthau. Vielen Dank.